Steffen, ein ganz besonderes Wochenende hier in München. Es steht nämlich nicht nur das Sigmund Top 4 an, sondern das ganze Turnier steht auch unter dem Motto Celebrating German Basketball. Und der Auftakt dieses ganzen Turniers findet heute Abend seinen Höhepunkt in der BMW Night hier zur Gala. Du hast sehr stark daran mitgewirkt, das hat Marco Pesic auch eben gesagt. Woher kommt die Idee? Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie sich das alles entwickelt hat hier in München? Ich glaube, die Idee kam, dass Marco Pesic und ich zusammensaßen und wir beide darüber nachgedacht haben, wie bekommen wir diesen Pokal nach München. Okay, okay, Ansage. Dann war natürlich die Idee, wir müssen unbedingt, was seit Jahren schon ausgestanden ist, die Vergangenheit aufleben lassen. Warum ist Deutschland Weltmeister geworden? Nicht, weil sie im letzten Jahr gut waren, sondern weil in den letzten Jahrzehnten tolle Arbeit geleistet wurde. Jetzt läuft hier ein Mike Koch vorbei, der 1993 Europameister geworden ist. Und so ein Junge, so ein Mann wird vergessen, wenn solche Events nicht immer regelmäßig stattfinden. Und das lag uns sehr, sehr am Herzen, viele, ganz viele ehemalige Legenden nach München zu bringen und eben solche Abende wie heute, die sicherlich unvergessen bleiben, aber hoffentlich wiederholt werden. Auf so einer ganz organisatorischen Ebene, wie lief das dann? Du hast jemanden angerufen, Marco hat jemanden angerufen und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt und dann formte sich das so oder wie kann man sich das vorstellen von außen? Ja, es war so. Wir sind beide unsere Telefonbücher durchgegangen, unsere Kontaktlisten über Kontakte, nochmal einen anderen Kontakt bekommen. Aber ich garantiere euch, es war nicht einfach. Und als Spieler, man hört immer von Trainern, ihr Spieler seid nicht einfach. Ich war selber Spieler, hab das nie glauben wollen, aber jetzt weiß ich, wenn man mit sogar Ex-Spielern Sachen, Events, was auch immer, organisieren will, es ist nicht einfach, weil immer irgendwas ist mit tausenden Fragen. Ja, kleiner Insight, 40 Minuten bevor der Abend hier losging, hat mich Patrick Fehmerling angerufen und meinte, er hat seine Anzughose vergessen. Und nur die Hose? Gott sei Dank nur die Hose. Wie passiert sowas? Wie passiert sowas? Er hat jetzt eine Hose, weil wir als FC Bayern haben gesagt, wir müssen Patrick Fehmerling mal eine Hose besorgen, dann hat er jetzt auch eine Hose. Ja, wie gesagt, er hat ja in die Hose gekommen, weil ihr in den Innenstadt gefahren habt, habt ihr eine gekauft, habt ihr die geliehen? Die Zeit war, selbst die Zeit blieb nicht mehr am Freitag nachmittag in die Stadt zu fahren, weil das hätte zu lange gedauert. Wir haben über Connections, unser Individualtrainer, der ist ein großer Junge, denen haben wir die Hose einfach abgezogen. Also wir haben alles Menschenmögliche gemacht, dass hier dieser Abend so funktioniert, wie er gerade funktioniert. Und also ich sehe nur glückliche Gesichter da oben und ich hatte Kontakt mit jedem Einzelnen von denen, die hier sind, sprich Legenden und alle sind sehr, sehr dankbar, hier zu sein. Absolut, also mir ist auch eben aufgefallen, es ist ein sehr harmonisches Miteinander, alle umarmen sich, die Interviews werden gegenseitig gecrasht. Das zeigt so ein bisschen für mich zumindest als außenstehende Person den Kern des deutschen Basketballs, wie heimisch wir irgendwie alle sind, aber wie würdest du den deutschen Basketball beschreiben? Ja, man merkt es immer, wenn sowas passiert, aber sowas passiert einfach zu selten und nicht regelmäßig genug. Und hier, was haben wir heute, der 16. Februar, 23, 24 haben wir schon, soll der Startpunkt sein. Ja, das ist eine Ansage. Ja, das ist nicht eine Ansage, das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage und auch, man erlebt es ja auch, man muss, das ist der Anfang und jetzt muss es weitergehen, wie auch immer, ob es eine Hall of Fame ist, von wem auch immer das organisiert wird, aber ich glaube, man sieht nur glückliche Gesichter und darauf muss man oft machen.